Herzlich willkommen zum heutigen Azure-Tipp. In der heutigen Folge werden wir wieder einmal mit der PowerShell arbeiten. Und zwar werden wir mit der PowerShell in Azure unter anderem die Lizenzierung untersuchen. Selbstverständlich habe ich bereits das PowerShell-Skript vorbereitet. Und ich werde Ihnen gleich am Anfang zeigen, wo Sie das PowerShell-Skript finden können. Starten Sie den Browser und dann navigieren Sie zu github.com, tippen direkt ein Slash, dann Tom Wechsler. Und anschliessend navigieren Sie zum Repository mit dem Namen Azure underline PowerShell underline Administration. In diesem Repository werde ich Ihnen das PowerShell-Skript zur Verfügung stellen, welches wir hier direkt in diesem Video miteinander durcharbeiten. Zuerst einmal Linie 1 und 2, die räumen den blauen Bildschirm unten etwas auf. Damit Sie die Lizenzierung konfigurieren können, brauchen wir die notwendigen Commandlets. Die Commandlets sind im Modul enthalten Azure AD. Ich habe dieses Modul installiert. Manchmal kann es sein, dass man das Modul noch importieren muss. Das finden Sie sofort heraus, wenn Sie den Cursor auf die Zeile 11 setzen und Sie versuchen, sich anzumelden. Wenn dieses Commandlet nicht aufgerufen werden kann, dann müssen Sie zuerst das Modul importieren. Ich habe die Anmeldung bereits gemacht. Ich bin verbunden. Wir können zuerst einmal aufrufen, wie viele Commandlets gibt es denn in diesem Modul Azure AD mit der Zeile 14. Ich setze den Cursor auf die Zeile 14, führe diese aus und wir sehen, es gibt da eine ganze Anzahl an PowerShell-Commandlets, die uns hier zur Verfügung stehen. Mal schnell schauen, vielleicht können wir diese kurz zählen. Mit dem Pipe-Symbol lenke ich das Resultat um in Measure Object und dann sollten wir eigentlich die Information erhalten, wie viele Commandlets darin enthalten sind in diesem Modul. Und wir sehen 224. Also das ist doch eine grosse Liste an verschiedenen Commandlets, die in diesem Modul zur Verfügung stehen. Gut, nun möchte ich aber zuerst eine Liste erhalten mit den sogenannten Directory Roles. Dazu verwenden wir get Azure AD Directory Role. Und wir sehen dann die entsprechende Liste. Aha, globaler Administrator, User Administrator und Directory Readers. Und dann gibt es noch eine Rolle, das ist allerdings ein Synchronisationskonto. Wir können das Ganze untersuchen auf Basis von der Objekt-ID. Sie sehen, ich habe die Objekt-ID vom globalen Administrator, die wird uns hier angezeigt, bereits hier eingefügt. Ich möchte also wissen, wer hat diese Rolle zugewiesen. Zuerst einmal verwenden wir get Azure AD Directory Role minus Object ID und dann die ID. Diese Information speichern wir in der Variablen ab $Role. Ich setze den Cursor auf die Zeile 20, führe diese aus und jetzt möchte ich wissen, wer ist alles globaler Administrator. Wir verwenden get Azure AD Directory Role Member minus Object ID. Wir geben die Variable an, darin enthalten die Object ID und dann verwenden wir get Azure AD User. Der Cursor blinkt auf der Zeile 23, führe diese aus und wir sehen, aha, der Admin 365 und tom at tomrocks.ch, diese beiden sind globale Administratoren, sehr hilfreich. Wir wollen uns aber mit den Lizenzen beschäftigen. Zuerst aber einmal, was steht uns denn zur Verfügung? Mit get Azure AD subscribed SKU, dann lenken wir das Resultat um in select. Ich möchte die SKU und die Units sehen. Der Cursor blinkt auf der Zeile 26, führe diese aus und jetzt erhalten wir die entsprechenden Informationen. Zum Beispiel SKU Partner Enterprise Pack, SPB, naja, nicht direkt aussagekräftig, SPE underline E5. Ich weiss zum Beispiel, dass von diesem Lizenzpaket wurden vier eingesetzt. Das ist die Zahl vier, die wir hier sehen. Vielleicht etwas mehr Details. Mit get Azure AD subscribed SKU, select, also wir lenken das Resultat um, dann rufen wir select auf, minus Property, SKU, dann Consumed Units, minus Expand Property und Prepaid Units. Der Cursor blinkt auf der Zeile 29, führe diese aus und jetzt erhalten wir etwas detailliertere Informationen. Wir sehen immer noch Enterprise Pack, dann SPB und dann auch wieder die Part Number SP underline E5. Auch das ist nicht unbedingt sehr hilfreich, aber wir können das Ganze noch etwas detaillierter untersuchen, beziehungsweise wir werden gleich später sehen, wie wir zu den Informationen kommen. Wir verwenden get Azure AD subscribed SKU und wir speichern diese Information in der Variable ab, Dollar Licenses. Der Cursor blinkt auf der Zeile 31 und jetzt können wir die SKU Part Numbers aufrufen mit der Zeile 33. Jetzt sehen wir Enterprise Pack, dann die Service Plans können wir aufrufen und jetzt erhalten wir die verschiedenen Service Pläne. Und das ist doch etwas mehr aussagekräftiger. Wir erhalten beispielsweise die Information, dass es hierbei um Dynamic 365 handelt, Kaisala, Microsoft Search, dann haben wir Forms, Flow etc. Also die Informationen sind etwas detaillierter. Die SKU Part Number, die gibt auch nicht sehr viel her. Wir sehen wieder SPB, also wir erhalten jetzt die Information zu diesem Lizenzpaket. Okay, lassen Sie uns da etwas detaillierter arbeiten. Und zwar, ich möchte mit einem spezifischen Objekt arbeiten. Und dazu verwenden wir get Azure AD User. Aber zuerst einmal müssen wir die Benutzer aufliessen, damit wir zur Objekt-ID kommen. Get Azure AD User ist markiert. Führe dieses Commandlet aus und jetzt sehen wir die verschiedenen Benutzer. Zum Beispiel die Jane Ford, Peter Mayer etc. Ich habe die Objekt-ID von Peter Mayer hier eingefügt. Dann können wir einmal prüfen, hat dieser Benutzer eine Lizenz. Mit get Azure AD User, wir geben die Objekt-ID an, wir lenken das Resultat um in select minus expand property assigned license. Der Cursor blinkt auf der Zeile 39, führe diese aus und wir sehen, da gibt es eine SKU-ID. Da wurde also etwas hinzugefügt. Das können wir jetzt untersuchen, indem wir diese SKU-ID in die Zwischenablage kopieren und dann hier entsprechend einfügen. So, get Azure AD subscribed SKU und dann where SKU-ID entspricht eben dieser ID. Der Cursor blinkt auf der Zeile 41, führe diese aus und jetzt sehen wir die entsprechenden Informationen und es ist wieder diese SPE underline E5. Also etwas mehr Informationen als vorher, aber auch immer noch nicht so aussagekräftig. Aber wir können mit einem anderen Property arbeiten. Wiederum die gleiche Objekt-ID, also wieder der gleiche Benutzer. Dann lenken wir das Resultat um in expand property und dann assigned plans. Okay, jetzt setzen wir den Cursor auf die Zeile 43, führen diese aus und jetzt sehen wir verschiedene Informationen. Und wir sehen zum Beispiel, was aktiviert ist, was nicht aktiviert ist und wir sehen jetzt auch die entsprechenden Dienste. Das ist doch schon sehr hilfreich. SharePoint, Microsoft Threat Protection, Microsoft Communication Online, dann Exchange, dann wieder Exchange, dann haben wir Yammer Enterprise. Also hier mehr Informationen, die wir so erfahren können. Übrigens, wenn Sie mit den anderen Commandlets arbeiten, mit MSL User, also MS Online, dann würde der Aufbau für diese Abfrage in etwa so aussehen. Das habe ich als Kommentar einmal hier hinzugefügt. Jetzt aber zuerst eine weitere interessante Frage. Wer hat in unserer Organisation noch keine Lizenz? Dazu habe ich die Zeile 48 aufgebaut, die ist etwas länger und ich werde Ihnen jetzt da nicht alles vorlesen. Aber ich setze den Cursor auf die Zeile 48, führe diese aus und wir erhalten sofort die Information, der Peter Mayer hat keine Lizenz und Petra Dodge hat auch keine Lizenz. Obwohl der Peter Mayer vorhin einmal aufgeristet wurde, dass er eine Lizenz hat, hat er keine Lizenz. Wahrscheinlich wurde dem Peter Mayer mal eine Lizenz hinzugefügt und wieder entzogen. Darum war da diese ID noch sichtbar. Eine weitere Linie habe ich aufgebaut. Wer hat denn eine Lizenz? Das finden wir heraus mit der Zeile 51. Ich setze den Cursor auf die Zeile 51, führe diese aus und jetzt erhalten wir die Liste mit den Benutzern, die eine Lizenz haben. Wie können Sie nun eine Lizenz zuweisen? Zuerst einmal suchen wir wieder die entsprechenden SKU-Informationen. Übrigens, SKU steht für Stock Keeping Unit. Der Cursor bringt auf der Zeile 54, führe diese aus und jetzt erhalten wir wieder die Lizenzpakete und auch die Objekt-ID. Und ich habe hier die Objekt-ID schon vorbereitet und zwar etwas weiter unten. Das sehen Sie hier, die habe ich bereits eingefügt. Was wir jetzt brauchen, wir brauchen wiederum einen Benutzer. Und dazu verwende ich die Objekt-ID und es ist wieder der Peter Mayer. Wir speichern diese Information in der Variablen $USER. Der Cursor blinkt auf der Zeile 57, führe diese aus. Wir rufen die Variable $USER auf und wir erhalten die Information, es ist der Peter Mayer. Ich habe die richtige Objekt-ID ausgewählt. Was ganz wichtig ist, damit Sie überhaupt eine Lizenz zuweisen können, braucht es unbedingt eine Usage Location. Ich gehe jetzt einfach auf Nummer sicher. Ich weiss, dass dieser Peter Mayer eine Usage Location hat. Nichtsdestotrotz, ich gehe auf Nummer sicher, ich rufe die Zeile 63 auf, um diesem Benutzer eine Location, eine Usage Location zuzuweisen. Das habe ich jetzt gemacht. Jetzt müssen wir eine Variable aufbauen mit New Object. Type Name ist Microsoft.open.azuread.model.assignedlicense. Dann die SKU-ID, welche Lizenz wir zuweisen wollen. Und dann erweitern wir unsere Variable mit $LicencesToAssign, wiederum New Object, wiederum der gleiche Aufbau, aber wir fügen die erste Variable hinzu, zu unserer neuen Variable $LicencesToAssign. Ich markiere die Zeile 66 bis und mit 72, führe diese aus. Und jetzt haben wir alle Informationen, damit wir diesem Objekt eine Lizenz zuweisen können. Mit Z, Azure AD User License, minus Object ID, $User. Und darin enthalten die Objekt-ID, minus Assigned Licences. Und wir geben unsere Variable mit $LicencesToAssign. Der Cursor blinkt auf der Zeile 75, führe diese aus. Und selbstverständlich prüfen wir mit der Zeile 78, können wir das überprüfen, ob, beziehungsweise mit der Zeile 78 und nicht 77, ich habe die Zeile 77 aufgerufen. Also mit der Zeile 78 prüfen wir, ob dieses Objekt nun eine Lizenz hat. Es wird uns hier angezeigt. Und jetzt schauen wir uns aber die Assigned Plans an. Jetzt muss ich mal schnell schauen. Jawohl, es ist die richtige SKU-ID, die uns hier angezeigt wird, weil ich habe nach oben navigiert und unten im blauen Bildschirm sehen wir ebenfalls die gleiche Lizenz. Wir können das noch anderweitig überprüfen mit der Zeile 80 und wir erhalten wiederum die verschiedenen Dienste. Sie erinnern sich, wir haben eine Zeile eingesetzt und zwar die Zeile 51. Wer hat alles eine Lizenz und wer hat keine Lizenz mit der Zeile 48? Rufen wir die Zeile 48 auf. Wer hat keine Lizenz? Der Peter Mayer sollte da nicht mehr enthalten sein. Und Sie sehen, der Peter Mayer ist entfernt. Wer hat eine Lizenz? Die Zeile 51 gibt die Antwort und der Peter Mayer wird aufgelistet. Wir haben also erfolgreich die Lizenz hinzugefügt. Wie können wir eine Lizenz wieder entfernen? Wie funktioniert das? Selbstverständlich habe ich das auch aufgelistet. Wir erstellen wieder die Variable mit unserem Objekt, mit unserem Kandidaten Peter Mayer. Der Cursor blinkt auf der Zeile 83. Jetzt müssen wir wieder die entsprechenden Variablen aufbauen. Ich werde Ihnen das nicht mehr alles vorlesen. Der Trick an der Sache ist in der Zeile 92. Hier mit diesem leeren Array entfernen wir schlussendlich dann die Lizenz. Ich markiere die Zeile 86 bis und mit 93, führe diese aus. Jetzt verwenden wir wiederum die Zeile 96 mit Z minus Azure AD User License und dann am Schluss eben die neue Variable, die wir erstellt haben, um die Lizenz zu entfernen. Das habe ich bereits jetzt gemacht. Wir überprüfen wieder mit der Zeile 99 und wir sehen, hier sind die Dienste nun deleted. Jetzt können wir die Schlusskontrolle wieder machen mit der Zeile 48 und der Peter Mayer wird wieder aufgelistet, dass er keine Lizenz hat. Jetzt haben Sie gesehen, wie Sie mit der PowerShell im Azure Active Directory mit den Lizenzen arbeiten können. Wir sehen, wie Sie sehen, wie es überhaupt nicht in der kleinen Tiefe hat einen keinen Blick gemacht haben. Wir sehen, wie Sie sehen, wie Sie sehen, wie Sie sich da tun. Teil ist der Wind 용er hat thrill imислore Matsug Mix ein, weil Sie sehen, wie Sie es ja auF during die Schreibev famineinigung событиnt, Vielen Dank.